Es gibt dieses Format in Österreich in der Form nicht, wo jeder Aussteller auch tatsächlich am Tag selber teilnimmt. Der Liebestag gefällt mir ganz ausgezeichnet, ich finde es ein ganz besonderes, wirklich exklusives Event, wo man ein bisschen was schon spüren kann von dem, was man sich dann eigentlich für die Hochzeit wünscht. Man ist Teil des Ganzen und man hat wirklich das Gefühl, man gehört einfach wirklich dazu, es ist eine kleine Familie. Wir haben mit dem Liebestag wirklich versucht haben, ein Highlight nach dem anderen zu planen. Und deswegen gibt es eigentlich nicht ein Highlight. Ein großer Punkt ist natürlich das Essen, das ganz am Schluss kommt.